Ja, wir versuchen das jetzt einfach so Stream-mäßig ohne Schnitte und fangen mal an mit dem Addieren von Brüchen. So was wie 2 Drittel plus 5 Halbe. Was musst du da beachten? Beim Addieren musst du die Brüche immer auf gleiche Nenner bringen. Hier wäre der Hauptnenner Sechstel. Das heißt wir bringen beide Brüche auf Sechstel und dazu erweiterst du eben diesen ersten Bruch. Ja, kannst du überlegen mit was aus der 3 soll eine 6 werden und kannst oben und unten mit jeweils der gleichen Zahl multiplizieren. So funktioniert erweitern. Das heißt wir nehmen Zähler und Nenner mal 2. Dann wird aus der 3 eine 6 und aus der 2 oben wird eine 4. Beim zweiten Bruch müssen wir beides mal 3 nehmen, damit aus der 2 eine 6 wird. Also 2 mal 3 ist 6, 5 mal 3 ist 15 und dann haben wir insgesamt oder beim Addieren addierst du dann nur die Zähler. Also 4 und 15 sind 19 und unten bleiben die Sechstel. 4 Sechstel plus 15 Sechstel sind 19 Sechstel und das ist dann auch das Ergebnis von dieser Rechnung. Kürzen kann man hier nicht mehr, deswegen passt das so. Machen wir noch ein zweites Beispiel, ein Viertel plus 2 Fünftel. Auch hier brauchst du wieder einen Hauptnenner oder zumindest einen gemeinsamen Nenner. Wenn du den manchmal nicht direkt ziehen kannst, kannst du die beiden Nenner miteinander multiplizieren. Also 4 mal 5 ist 20 und das funktioniert auf jeden Fall. Manchmal geht es aber einfacher, aber wenn du hier multiplizierst, bekommst du immer einen gemeinsamen Nenner. Und dann kannst du überlegen, 4 mal was gibt 20? Ja, 4 mal 5 gibt 20, deswegen musst du die 1 auch mal 5 nehmen, dann steht da oben 5. Und beim zweiten Bruch 5 mal 4 ergibt 20, deswegen 2 auch mit 4 multiplizieren. Dann steht hier eine 8 und dann wieder wie oben die Zähler werden addiert. Also 5 und 8 sind 13 und der Nenner bleibt 13 zwanzigstel. Beim Subtrahieren ist es ganz ähnlich, ein Drittel minus 5 Viertel. Auch hier brauchen wir den gleichen Nenner. Hier kannst du auch wieder 3 mal 4 ist 12 als gemeinsamen Nenner nehmen. Und jetzt soll hier natürlich ein Minus stehen, wir sind ja beim Subtrahieren. Ja, mit was haben wir hier erweitert? Mit der Zahl 4, 1 mal 4 ist 4. Hier den Bruch erweitern wir mit der Zahl 3. 4 mal 3 wäre 12, 5 mal 3 ist wieder 15. Und jetzt subtrahierst du hier im Zähler 4 minus 15, das ist minus 11. Und das Minus kannst du auch einfach vor den Bruch schreiben und die Zwölftel bleiben. Also hast du minus 11 Zwölftel. Noch ein zweites Beispiel zum Subtrahieren. 2 Drittel minus 1 Sechstel. Hier könnte man 3 mal 6 ist 18 als gemeinsamen Nenner wählen. Aber hier siehst du zum Beispiel auch die 6 können wir hier einfach bei beiden Brüchen nehmen. Und dann erweitern wir nur den ersten Bruch mit der 2, nämlich 3 mal 2 ist 6 und 2 mal 2 ist 4. Und den zweiten lassen wir so wie er ist. 4 Sechstel minus 1 Sechstel. Das sind dann noch 3 Sechstel. Und hier können wir kürzen mit der Zahl 3. Also hier oben die 3 passt einmal in die 3 und 2 mal in die 6 und dann bleibt ein Halb übrig. Manchmal gibt es auch Aufgaben, in denen negative Brüche vorkommen, wie früher schon negative Zahlen. Also sagen wir 2 Drittel plus minus 5 Halbe. Ja, plus minus ist das gleiche wie Minus. Deswegen kannst du hier einfach schreiben, 2 Drittel minus 5 Halbe. Und jetzt auch wieder erweitern. Wir nehmen wieder die Sechstel. Hier mit der 2 erweitern. Dann haben wir 4 Sechstel. Hier mit der 3 erweitern. 2 mal 3 ist 6. 5 mal 3 ist 15. Und dann wieder 4 minus 15 ist minus 11. Das Minus kannst du vor den Bruch schreiben. Also minus 11 Sechstel. So, dann kann es natürlich auch sein, dass das Minus vorne steht. Also sowas wie minus 2 Drittel plus 5 Halbe. Oft ist dann noch eine Klammer drum. Und ja, hier erweitern wir auch wieder auf Sechstel. Das heißt, wir nehmen das Minus hier vorne weiterhin mit. Wir wollen hier, oder wir haben hier dann 4 Sechstel plus, ja was müssen wir hier machen? Wir wollen auf Sechstel, deswegen wieder mit 3, also 15 Sechstel. Und jetzt beim Rechnen nimmst du das Minus nach hier oben. Das heißt, wir rechnen hier minus 4 plus 15 im Zähler. Und die Sechstel bleiben im Nenner. Und minus 4 plus 15, das wäre dann 11. Also plus 11, eine positive 11. Die Sechstel bleiben. Und dann hätten wir hier 11 Sechstel. Was kann noch auftauchen? Es kann sowas auftauchen wie ein Viertel minus minus 2 Fünftel. Und minus minus ist das gleiche wie plus. Also hier schreibst du dann einfach ein Viertel plus 2 Fünftel. Und da brauchen wir auch wieder einen gemeinsamen Nenner. Nehmen wir die 20. Und dann haben wir hier, den erweitern wir mit der 5. 4 mal 5 ist 20. 1 mal 5 ist 5. Den zweiten erweiterst du mit der 4. Die 20 ist hier nicht so schön. Sieht aus wie eine 26. Aber hier soll eine 20 stehen. Also du erweitest mit der 4. 5 mal 4 ist 20. 2 mal 4 ist 8. Und dann haben wir insgesamt 13 Zwanzigstel. Neben dem Bruchrechnen machen wir mal einen kurzen Ausflug zu den Dezimalzahlen. Wir kommen gleich wieder zu den Brüchen zurück. Dezimalzahlen sind Kommazahlen. Also sowas wie 1,24 plus 0,3. Sowas sollte man natürlich auch berechnen können. Entweder man kann es direkt im Kopf. Wenn du eine Nebenrechnung machst, auch wenn es ein bisschen komplizierter wird, gibt es nur eine ganz wichtige Regel und die heißt Komma unter Komma. Das heißt, du schreibst beide Zahlen untereinander und das Komma muss unter dem Komma stehen. Und damit ist dann festgelegt, dass zum Beispiel hier die 3 unter der 2 stehen muss und nicht unter der 4. Komma unter Komma ist die wichtige Regel. Und jetzt kannst du ganz normal schriftlich addieren und das Komma nimmst einfach auch mit. Und hier könntest du noch eine 0 auffüllen. Also 0,3 ist ja das gleiche wie 0,30. 0 und 4 ist 4. 2 und 3 ist 5. Oder 3 und 2 ist 5. 0 und 1 ist 1. Also haben wir hier 1,54 als Ergebnis. Beim Subtrahieren funktioniert das genauso. 2,7 minus 1,52. Auch hier wieder Komma unter Komma, wenn du eine Nebenrechnung machst. Also sieht man es hier noch. Ja. 2,7 und Komma unter Komma. Das heißt 1,52. Jetzt könntest du hier wieder mit einer 0 auffüllen. Und jetzt subtrahieren wir. Das heißt von der 2 bis zur 0 geht nicht. Deswegen von der 2 bis zur 10 fehlen 8. Wir sind bis zur 10 gegangen. Deswegen hier eine kleine 1. 1 und 5 ist 6. Von der 6 bis zur 7 fehlen 1. Dann das Komma. Von der 1 bis zur 2 fehlt auch 1. Hier kommt natürlich noch ein Minus hin. Also 1,18 als Ergebnis. Dann kommen wir zur Reihenfolge vom Rechnen. Es kommen später auch noch Multiplikationen dazu. Es kommen noch Divisionen dazu. Und da gibt es als Faustregel immer die K-Hops-Regel. K-Hops, Kängurusprung, Känguru-Hops. Meistens schreibt man nur das O klein und P und S groß. Und was meint man damit? Einen kurzen Schluck Wasser. Man meint damit Klammern vor Hochzahlen vor Punkt vor Strich. Das ist die Reihenfolge beim Rechnen. Und wie gesagt mit dem Kängurusprung, mit dem Känguru-Hops kann man sich das Ganze merken. Ich mache hier mal ein Beispiel mit ganzen Zahlen. Also sowas wie 3 plus 2 mal, Klammer auf, 1 plus 2, Klammer zu, hoch 2. Da würde man dann diese Reihenfolge jetzt beachten. Zuerst die Klammer berechnen. Das heißt die Klammer 1 plus 2, das ist 3. Und den Rest schreiben wir einfach ab. Klammer haben wir berechnet. Die hoch 2 bleibt noch. Das mal bleibt noch. Der Rest wird einfach abgeschrieben. Klammer, dann kommt die Hochzahl. Die ist hier 2. Deswegen rechnen wir zuerst 3 hoch 2 aus. Das ist 3 mal 3, das ist 9. Den Rest wieder einfach abschreiben. Dann kommt Punkt vor Strich. Also zunächst mal Punkt. Das wäre 2 mal 9. Hier ist der Punkt. Das ist 18. Und dann am Ende Strich. Also Plus oder Minus. In diesem Fall ist es Plus. Und dann steht da 21. Das ist die Reihenfolge beim Rechnen. Und die gilt auch für Brüche und für Kommazahlen, für Dezimalzahlen. Da ändert sich nichts. Ich habe es dir hier der Einfachheit halber trotzdem mit ganzen Zahlen gezeigt. Dann gab es noch 3 Rechengesetze. Auch die gelten weiterhin. Und wir wiederholen sie nochmal ganz kurz. Das erste war das Assoziativgesetz. Was ist damit gemeint? Ich mache wieder Beispiele mit ganzen Zahlen. So etwas wie 3 plus 5 plus 7. Beim Assoziativgesetz heißt es, dass Klammern hier bei der Addition beliebig gesetzt oder auch weggelassen werden dürfen. Das heißt, du könntest hier schreiben, Klammer auf 3 plus 5, Klammer zu plus 7. Also das hier wird zuerst berechnet. Oder auch 3 plus Klammer auf 5 plus 7. Also das hier wird zuerst berechnet. Oder eben die Klammer ganz weglassen. Da kommt immer das gleiche raus. Das funktioniert auch bei der Multiplikation. 3 mal 5 mal 7. Du kannst hier eine Klammer setzen. 3 mal 5. Du kannst auch eine Klammer setzen um 5 mal 7. Oder du kannst die Klammer ganz weglassen. Da kommt immer das gleiche raus. Das zweite Rechengesetz ist das Kommutativgesetz. Das Kommutativgesetz. 2m, 1u. Und was ist damit gemeint? Gibt es auch bei der Addition. 2 plus 3 ist das gleiche wie 3 plus 2. Jetzt habe ich hier 3 plus 3 geschrieben. 3 plus 2. 2 plus 3 ist gleich 3 plus 2. Das heißt bei der Addition kannst du hier die beiden Summanden einfach vertauschen. Das steckt hinter oder das besagt das Kommutativgesetz. Bei der Multiplikation gilt das Ganze auch. 2 mal 3 ist das gleiche wie 3 mal 2. Und bei der Subtraktion muss man ein bisschen aufpassen. Ich schreibe es hier mal mit Bleistift hin. 5 minus 3 wäre ja nicht das gleiche wie 3 minus 5. 5 minus 3 ist 2. Und 3 minus 5 wäre minus 2. Das heißt, das wäre nicht das gleiche. Hier darf man nicht einfach vertauschen. Aber wir können jede Subtraktion auch als Addition schreiben. Wir können nämlich schreiben 5 plus minus 3. 5 plus minus 3 ist das gleiche wie 5 minus 3. Aber jetzt haben wir hier eine Addition. Und bei der Addition dürfen wir vertauschen. Das heißt, wir können jetzt vertauschen zu minus 3 plus 5. Und das geht. 5 minus 3 ist 2. Und minus 3 plus 5 ist auch 2. Das heißt, das Kommutativgesetz kannst du auch anwenden, wenn du immer das Vorzeichen hier mitnimmst beim Vertauschen. Gut. So viel zu den Rechengesetzen. Wir gehen direkt weiter. Wir wollen ja auch bald wieder zu den Brüchen kommen. Aber wir bleiben noch kurz bei den Dezimalzahlen. Und zwar gibt es da oft Rundungsaufgaben. Runde auf zwei Nachkommastellen. Und dann haben wir hier sowas stehen wie, sagen wir mal, 12,34729. Und wir sollen runden auf zwei Nachkommastellen. Das heißt, alles nach der zweiten Nachkommastelle soll hier weg. Und jetzt müssen wir überlegen, diese Zahl hier, wenn wir sie nur mit zwei Nachkommastellen schreiben, liegt ja zwischen zwei anderen Zahlen. Also 12,34 ist ein bisschen weniger als 12,34729. Ja, diese 729 machen es so etwas mehr als nur 12,34. Und oben drüber wäre 12,35. Also zwischen diesen beiden Zahlen liegt diese Zahl hier, wenn wir auf zwei Nachkommastellen runden. Und jetzt müssen wir uns für eine von beiden entscheiden. Und dazu schaust du dir eben die Stelle nach der Rundungsstelle an. Das wäre hier die 7. Und du weißt vielleicht schon, ab einer 5 rundet man auf. Also 5, 6, 7, 8, 9. Da wird immer aufgerundet. Bei 0, 1, 2, 3, 4 wird abgerundet. Das heißt, in diesem Fall bei einer 7 wird aufgerundet zu 12,35. Und beim Runden dann immer ein Ungefähr-Zeichen. So ähnlich wäre ein Gleichheitszeichen, aber mit geschwungenen Linien. Und dann in diesem Fall 12,35. Machen wir noch ein zweites Beispiel zum Runden. 0,4125. Wir wollen wieder auf zwei Nachkommastellen. Kann natürlich in der Aufgabe auch mal anders stehen. Vielleicht will man mal drei Nachkommastellen oder nur eine Nachkommastelle. Wir bleiben hier bei 2. Und ich schreibe wieder die beiden Zahlen hin. 0,41 ist etwas weniger als 0,4125. Und 0,42 wäre etwas mehr. Und wir sehen hier, es ist eine 2 hinter der Rundungsstelle. Das heißt, es wird abgerundet zu 0,41. Manchmal sind diese Aufgaben aber auch etwas anders formuliert. Da steht nicht Runde auf zwei Nachkommastellen, sondern zum Beispiel Runde auf Zehntel oder Runde auf Hundertstel, Runde auf Tausendstel. Ja, und was ist damit gemeint? Nehmen wir irgendeine Zahl wie 4,125. Und hier haben wir die erste Nachkommastelle, die zweite Nachkommastelle, die dritte Nachkommastelle. Und man kann auch zu der ersten Nachkommastelle einfach Zehntel sagen. Das sind die Zehntel. Das sind die Hundertstel. Und die 5, das wären die Tausendstel. Ja, beim Sport, wenn man sagt, jemand war eine Zehntel schneller, dann meint man hier diese erste Stelle nach dem Komma. Wir sollen jetzt gleich auf Tausendstel runden und nehmen wir mal so eine Aufgabe oder so eine Zahl wie 4,1375. Tausendstel bedeutet einfach dritte Nachkommastelle. Zehntausendstel wäre dann die vierte und so weiter. Das heißt, wir wollen hier nach der dritten Nachkommastelle stoppen. Ich schreibe nochmal die beiden Zahlen hin. 4,137 oder eben 4,138. Und hier sehen wir die 5. Ab der 5 wird aufgerundet. Das heißt, hier sind wir ungefähr bei 4,138. Machen wir noch eine etwas fiesere Aufgabe. Wir runden weiterhin auf Tausendstel und wir nehmen 5,9995. So. Wir wollen wieder nur drei Nachkommastellen haben. Das heißt Tausendstel. Und ich überlege nochmal. Was liegt darunter? 5,999. Und was liegt darüber? Sobald wir hier 1 höher gehen, sind wir schon bei 6,000. Aus 9,999 wird sozusagen Tausend. Das heißt hier, die 5 wird zu 6 und die 3,9 werden zu 0. Und jetzt bei der 5 runden wir ja auch auf. Und deswegen 5,9995 5 auf 3 Nachkommastellen gerundet ist tatsächlich 6,000. Und das ist natürlich das gleiche wie 6, aber man schreibt diese 3 Nullen dann auch hin, um zu verdeutlichen, dass man hier wirklich auf 3 Nachkommastellen beziehungsweise auf Tausendstel gerundet hat. Dann gibt es Aufgaben mit verschiedenen Maßeinheiten, zum Beispiel 1,5 Meter plus 13 Zentimeter. Wenn sowas vorkommt, immer zunächst alle auf die gleiche Maßeinheit bringen. Das heißt, am besten nimmst du hier die kleinere Maßeinheit immer und rechnest die größere in die kleinere um. 1 Meter hat 100 Zentimeter, das heißt 1,5 Meter sind 150 Zentimeter plus 13 Zentimeter sind dann 163 Zentimeter. Und jetzt kannst du natürlich auch wieder auf Meter umrechnen, das sind 1,63 Meter. Das geht auch bei Euro und Cent, bei Kilo und Tonnen, bei Uhrzeiten geht es auch, da wird es aber manchmal ein bisschen schwieriger, wenn wir sowas wie 0,5 Stunden haben, h für Stunden plus 15 Minuten, da muss man aufpassen, eine Stunde hat ja 60 Minuten, das heißt 0,5 Stunden, also eine halbe Stunde sind 30 Minuten. Und dann kommen noch 15 Minuten dazu, dann haben wir 45 Minuten und das kennst du auch als eine Dreiviertelstunde. Und da wären wir wieder bei unserem Thema, bei den Brüchen. Und mit denen machen wir nochmal weiter, wir kommen zum Multiplizieren von Brüchen. Vorhin haben wir addiert und subtrahiert, jetzt multiplizieren wir 2 Drittel mal 8 Viertel. Hier brauchen wir keinen gemeinsamen Nenner. Beim Multiplizieren rechnest du Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Also oben 2 mal 8 und unten 3 mal 4. 2 mal 8 sind 16. 3 mal 4 sind 12. Und wir können hier noch kürzen. Wir hätten auch schon hier kürzen können, das zeige ich dir gleich nochmal. Wir können hier zum Beispiel mit einer 4 kürzen. In die 12 passt die 4 3 mal, in die 16 passt die 4 4 mal und dann bleiben 4 Drittel übrig. noch ein Beispiel 6 mal 6 Drittel mal 21 Viertel. Oben müsstest du rechnen 6 mal 21, also im Zähler und im Nenner 3 mal 4. Und jetzt kann es sein, dass du keinen Bock hast, 6 mal 21 auszurechnen und deswegen versuchst hier schon zu kürzen. Wenn du hier schon kürzt, wird die Rechnung einfacher. Man kann ja, um es nochmal zu verdeutlichen, beim Multiplizieren das Kommutativgesetz anwenden. Das habe ich dir vorhin gezeigt. Das heißt, man kann die Faktoren vertauschen. Man könnte hier auch schreiben, 6 mal 21 durch 4 mal 3 und das muss man hier nicht machen, aber das mache ich, um das Kürzen nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Kürzen kann man nur, wenn hier ein Mal steht, nicht bei Plus oder bei Minus. Nur wenn hier ein Mal steht, kannst du kürzen und jetzt nimmst du hier eine Zahl aus dem Zähler und eine Zahl aus dem Nenner, zum Beispiel die 6 und die 4, die sind beide durch 2 teilbar. Also die 4 mit der 2 gekürzt ist 2, die 6 mit der 2 gekürzt ist 3, 2 mal 3 ist 6, 2 mal 2 ist 4 und die 21 und die 3, die sind beide durch 3 teilbar. In die 3 passt die 3 einmal, in die 21 passt die 3 siebenmal und jetzt ist das Ganze leichter geworden. Wir können 3 mal 7 rechnen, das ist 21 und 2 mal 1 ist 2 und damit haben wir uns jetzt gespart, dieses 6 mal 21 auszurechnen und dann am Ende zu kürzen. Manchmal wird auch mit einer ganzen Zahl multipliziert. 2 fünftel mal 7. Da kann man sich jetzt eine Rechenregel merken, dass man hier nur im Zähler multipliziert und den Nenner beibehält. Entschuldigung. Aber man kann sich auch mit diesen Regeln das Ganze überlegen. Nämlich so eine 7 kannst du ja auch als Bruch schreiben. 2 fünftel mal 7 Ganze. Du kannst ja jede Zahl als Bruch schreiben, also jede ganze Zahl 7, kannst du schreiben als 7 Ganze. Wenn da eine 5 wäre, kannst du es als 5 Ganze schreiben. Und jetzt kannst du ganz normal multiplizieren, wie du es hier gelernt hast. 2 mal 7 ist 14, 5 mal 1 ist 5, also 14 fünftel. Hätte man auch direkt machen können, wenn man hier die Regel kennt, wenn mit einer ganzen Zahl multipliziert wird, multipliziert man nur im Zähler, also 2 mal 7 ist 14 und behält die 5 im Nenner bei. So, dann kommen wir zum Dividieren von Brüchen. 6 Drittel geteilt durch 4 fünftel. Da multipliziert man mit dem Kehrbruch. Also man dividiert Brüche, indem man mit dem Kehrbruch multipliziert. Kehrbruch ist, wenn du diesen Bruch gerade umdrehst, aus 4 fünfteln werden 5 viertel. Und jetzt multiplizierst du wie gewohnt. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Also 6 mal 5 ist 30, 3 mal 4 ist 12. Und man hätte hier auch schon kürzen können, wie oben. Wir können aber auch hier kürzen, zum Beispiel mit der 6. Die 6 passt in die 12 zweimal und in die 30 fünfmal. Und dann haben wir hier 5 halbe. Wenn du das mit der 6 nicht direkt ziehst, kannst du natürlich auch erstmal mit einer 2 kürzen und dann nochmal mit einer 3 kürzen am Ende. Dann wird das gleiche rauskommen. Machen wir noch ein Beispiel. Oder machen wir das Beispiel nochmal gleich, aber wir kürzen jetzt direkt hier vorne mal. Also 6 Drittel geteilt durch 4 Fünftel ist gleich 6, ja ich schreibe es jetzt mal auf Einbruch, 6 mal 5 und 3 mal 4. So und dieses Mal dreh ich es nicht noch um wie vorhin, sondern wir kürzen direkt. Und zwar passt in die 4 und die 6 jeweils die 2 rein. In die 4 zweimal, in die 6 dreimal und dann können wir noch weiter kürzen. Hier haben wir jetzt eine 3 und hier unten eine 3. Also die 3 passen die 3 einmal und hier auch einmal. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, aber wir haben 1 mal 5 sind 5 und 1 mal 2 sind 2. Das heißt, hier kommt das gleiche raus, wie hier oben. Verschiedene Wege führen hier zum selben Ziel. Manchmal ist es vorteilhaft, schon so früh wie möglich zu kürzen. Auch beim Dividieren kann mal sowas hier vorkommen. 7 halbe geteilt durch 3. Das heißt, es wird durch eine ganze Zahl dividiert. Und hier kannst du wieder entweder die Regel lernen, man multipliziert dann nur im Nenner und erhält den Zähler oder du überlegst dir wieder, was wäre eine 3 als Bruch. Ja, eine 3 als Bruch wären 3 ganze. Und jetzt weißt du, du dividierst, indem du mit dem Kehrbruch multiplizierst. Das heißt, 7 halbe mal ein Drittel. 7 mal 1 ist 7. 2 mal 3 ist 6. Gehen wir nochmal kurz zurück zu den Kommazahlen, zu den Dezimalzahlen. Nehmen wir sowas wie 2,573 mal 10. Wenn man mit 10 multipliziert, dann kommt bei ganzen Zahlen einfach eine 0 hintendran. 5 mal 10 ist 50. 7 mal 10 ist 70. Bei Kommazahlen verschiebt sich das Komma um eine Stelle nach rechts. Das heißt, 2,573 mal 10 ist 25,73. Das funktioniert auch bei 100, bei 1000 und so weiter, nur ist die Verschiebung dann anders. Wir machen es mal mit der 100. 1,379 mal 100. Hier haben wir zwei Nullen, das heißt, das Komma verschiebt sich in zwei Stellen nach rechts. Dann haben wir 137,9. Dividieren funktioniert auch. 4,21 geteilt durch 100. Hier verschiebt sich das Komma um zwei Stellen nach links. Also mal 100, zwei Stellen nach rechts, geteilt durch 100, zwei Stellen nach links. Und dann muss man hier ein bisschen überlegen manchmal und mit Nullen auffüllen. Da kommt dann 0,0421 raus. Überleg dir mal, das Komma war vorhin hier hinter der 4 und jetzt sind wir 1,2 Stellen nach links gegangen und dann wäre hier das Komma. Deswegen 0,0421. Machen wir noch eine. 14,5 geteilt durch 10. Eine 0, deswegen eine Stelle nach links. Dann haben wir 1,45. Hier war es einfacher. So. Was machen wir, wenn irgendwo sowas wie 1,2 mal 3,47 steht? Zwei Dezimalzahlen, die miteinander multipliziert werden, das hatten wir jetzt noch nicht. Du kannst eine Nebenrechnung machen und die machst du einfach ohne Kommas. Das heißt 12 mal 347. Und jetzt kannst du schriftlich multiplizieren. 3 mal 2 ist 6. 3 mal 1 ist 3. 4 mal 2 ist 8. 4 mal 1 ist 4. 7 mal 2 ist 14. Schreibe 4, merke die 1. 7 mal 1 ist 7. und 1 ist 8. Dann addieren wir alles. Das heißt hier plus, hier plus. Und dann haben wir 4, 8 und 8 sind 16. 1 übertragen, 5 und 6 sind 11. 1 übertragen und eine 4. Das heißt, wir haben hier 4, 1, 6, 4. und das schreibst du auch hier ab. 4, 1, 6, 4. Und jetzt musst du noch das Komma setzen. Und das setzt du hier so, dass das Ergebnis gleich viele Nachkommastellen hat, wie beide Faktoren hier zusammen. Das heißt, wir haben hier eine Nachkommastelle, noch eine, noch eine, insgesamt drei Stück. Und diese drei Stück wollen wir hier auch haben. Das heißt, das Komma kommt hier nach der 4. 4,164. Machen wir noch eine solche Aufgabe. 0,2 mal 1,5. Ja, Nebenrechnung wäre ohne Komma. Also 2 mal 15 ist 30. Und ja, diese 30 schreibe ich jetzt hier mal hin. Und jetzt zählen wir wieder die Nachkommastellen. Hier ist eine und hier ist eine. Wir wollen ja deswegen 2 haben. Ja, 1 plus 1 ist 2. Und wenn 30 hier rauskommt, dann haben wir hier schon unsere beiden Nachkommastellen. Das heißt, wir müssen davor das Komma setzen und da noch eine 0 hinschreiben. 0,30 könnte man dann auch kürzer als 0,3 schreiben. Das war das Multiplizieren. Wir gehen noch zum Dividieren. 9,25 geteilt durch 4. Wie funktioniert das Ganze mit dem Dividieren? Die 4 passt in die 9 2 mal. Denn 2 mal 4 ist 8. Das subtrahieren wir. Dann bleibt eine 1 übrig. Und jetzt käme das Komma. Und das Komma machst du dann hier auch. Dann holst du dir die 2. Und die 4 passt in die 12 3 mal. 3 mal 4 ist 12. Wir subtrahieren. Bleibt nichts mehr übrig. Aber wir haben hier ja noch die 5. Die müssen wir auch noch dazu holen. So, in die 5 passt die 4 1 mal. 1 mal 4 ist 4. Dann bleibt eine 1 übrig. Und jetzt gibt es hier keine Ziffern mehr. Dann schreibst du einfach eine 0 dazu. Holst du sozusagen noch eine 0. Und in die 10 passt die 4 2 mal. 2 mal 4 ist 8. Dann bleibt eine 2 übrig. Wir machen noch mal eine 0 dazu. In die 20 passt die 4 5 mal. 5 mal 4 ist 20. Und dann bleibt nichts mehr übrig. Und dann bist du auch wirklich fertig. Das heißt 9,25 geteilt durch 4 ist 2,3125. Mit dieser Methode kannst du auch Brüche ausrechnen. Das heißt sowas wie 3 Viertel heißt ja eigentlich 3 geteilt durch 4. Und Bruchstrich kannst du ja auch als geteilt Zeichen lesen. Und wie rechnet man jetzt 3 geteilt durch 4? In die 3 passt die 4 0 mal. Deswegen hier 0. 0 mal 4 ist 0. Dann bleiben immer noch 3 übrig. Und jetzt würde das Komma kommen. Hier steht ja eigentlich 3,0. Ja, deswegen machen wir hier jetzt auch ein Komma. Und holen uns diese 0 hier. Das heißt hier steht jetzt 30. Ja, wie oft passt die 4 in die 30? 7 mal. Denn 7 mal 4 ist 28. Dann bleiben noch 2 übrig. Es gibt hier nichts mehr zu holen. Aber man könnte ja auch 3,00 und so weiter schreiben. Also da kommen diese Nullen her. Schreiben die 0 dazu. In die 20 passt die 4 5 mal. 5 mal 4 ist 20. Und dann bleibt auch tatsächlich nichts mehr übrig. Und hier sehen wir jetzt 3 Viertel sind tatsächlich das gleiche wie 0,75. Jetzt haben wir es einmal nachgerechnet. Nehmen wir noch ein Drittel. Ein Drittel könntest du schreiben als 1 geteilt durch 3. Und wir rechnen wieder wie gerade eben. Die 3 passt 0 mal in die 1. Deswegen hier eine 0. 0 mal 3 ist 0. 0, bleibt immer noch eine 1 übrig. Und hier würde ja wieder 1,0 eigentlich stehen. Deswegen hier kommt jetzt das Komma. Auch hier im Ergebnis. Und wir holen diese 0 dazu. In die 10 passt die 3 3 mal. 3 mal 3 ist 9. Dann bleibt eine 1 übrig. Wir holen die nächste 0. In die 10 passt die 3 3 mal. 3 mal 3 ist 9. Hoppla, hier 9. Bleibt eine 1 übrig. Wir holen eine 0 dazu. In die 10 passt die 3 3 mal. 3 mal 3 ist 9. Bleibt eine 1 übrig. Wir holen eine 0 dazu. Und das könnten wir jetzt unendlich lange so weitermachen. Das heißt, hier würden immer mehr 3 kommen. Und dafür gibt es eine kürzere Schreibweise. Man schreibt dann einfach nur eine 3 und einen Strich darüber. Und damit meint man das hier. Man sagt dazu 0, Periode 3. Und meint damit, dass sich diese 3 unendlich oft wiederholt. Noch ein solcher Bruch. 2 Elftel. Könnte man schreiben als 2 geteilt durch 11. Und auch hier wieder die 11. Passt 0 mal in die 2. Bleibt eine 2 übrig. Und ja, das kannst du vielleicht mal selbst probieren. Also hier kam jetzt das Komma. Hier holt man die nächste 0. Und dann probiere mal aus, wie das weitergeht. Ich sage dir, was am Ende rauskommt. Es kommt eine 1. Dann wieder eine 8. Dann wieder eine 1. Dann wieder eine 8. Dann wieder eine 1. Dann wieder eine 8. Und so wiederholt sich das Ganze. Warum das so ist, wie gesagt, probiere es einmal selbst aus. Und hier würde man dann als Kurzschreibweise eben 0,18 und den Strich hier über beide Ziffern ziehen. Und man sagt dann 0, Periode 1,8. Eine letzte Aufgabe habe ich mir noch aufgeschrieben. 4,32 geteilt durch 1,2. Wenn wir hier Kommazahlen durch Kommazahlen teilen. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir können ja hier nur bisher durch ganze Zahlen teilen. Also 4,32 geteilt durch 12 würden wir hinkriegen. Wie oben, 4,32 geteilt durch 1,2 geht noch nicht. Was können wir hier machen? Wir können bei beiden Zahlen das Komma gleichzeitig verschieben. Dann ändert sich nichts am Ergebnis. Das heißt, wenn wir es hier bei beiden Zahlen nach rechts schieben, dann haben wir 43,2 geteilt durch 12,0. Also das Komma war hier vor der 3. Ich habe es hinter die 3 gemacht. Hier war es vor der 2. Ich habe es hinter die 2 gemacht. Dann könnt ihr noch kürzer schreiben. Also diese Komma 0 habe ich jetzt nur, um es zu verdeutlichen, hingeschrieben. Das Gleichheitszeichen geht auch schöner. Hier 43,2 geteilt durch 12. Und das können wir wieder ausrechnen. Die 12 passt in die 43 dreimal. 3 mal 12 sind 36. Dann bleiben noch 7 übrig. Dann kommt das Komma. Wir holen die 2 dazu. In die 72 passt die 12. 6 mal 6 mal 12 sind nämlich genau 72. Und dann bleibt nichts mehr übrig. Das heißt, 3,6 ist das Ergebnis von dieser Aufgabe. Aber gleichzeitig auch von dieser Aufgabe hier vorne. Also 4,32 geteilt durch 1,2 ergibt 3,6. Und 43,2 geteilt durch 12 ergibt auch 1,6. Wenn du hier das Komma bei beiden Zahlen gleich verschiebst, ändert sich beim Dividieren das Ergebnis nicht. Und das ist hier die Taktik. Komma so lange verschieben, bis die zweite Zahl hier kein Komma mehr hat. Also hier wäre es die 12 gewesen. So. Ich hoffe, dieser gar nicht mal so kurze Überblick hat dich etwas weitergebracht. Wenn es noch andere Themen gibt, zu denen du gerne einen Crashkurs hättest, schreib es in die Kommentare. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald und tschüss.